Tagsüber führte er ein ganz normales Leben. Die junge Frau, mit der er sich trifft, ahnt nichts von seiner dunklen Seite. Doch nachts kommt das dunkle Verlangen in dem Buch. Die junge Frau, mit der er sich trifft, ahnt nichts von seiner dunklen Seite. Nachts existiert der nette Mann von nebenan nicht mehr. Hey, süßer, na? Hast du Lust auf eine kleine Spritze mit mir? Na? Das sehe ich dir doch an, na? Komm los, Baby. Nachts existierte nur noch das Monster. Oh, du bist aber ein Bilder. Du bist aber ganz schön stürmisch, was? Oh, ich glaube, du machst das ganz schön hart, oder? Bist du ein bisschen so auf die Hearty-Tour, oder was? Jetzt sind los, jetzt sind wir unterwegs. Lass dich los. Der DVD-Ripper. Der DVD-Ripper. Der DVD-Ripper. Der DVD-Ripper. Der DVD-Ripper. Der Ver bisa puff in sich? Der DVD-R sair. Kannst du dir einen solchen Trinken anbieten? Nein, nein. Wir haben viele DVDs am Roboter. Oh, du kannst dasughnen��Mr. Dein Gold Ryan. Mach die beschissene Tür auf. Mach auf. Mach auf. Mach die Tür auf. Der DVD-Ripper. Schauen Sie diesen Film nicht alleine. Demnächst auch auf Blu-Ray.